Der eine hatte auch so ein Auge, oder nicht? Diese Sen Hicks, den hatten wir doch gerade schon, ne? Keine Ahnung, da müsste ja einer von denen rausgegangen sein, ein einzelner. War da gerade ein Dreierkopf, oder nicht? Okay, bleib hinten. Oh, ich hab ihn nur leicht verfehlt. Ich hab ihn, ich hab ihn! Nicht. So ein bisschen, aber. So ein bisschen. So ein bisschen. Ah, nein! Oh! Exel! Ja, sorry! Ich hab halt einen fetten Arsch. Stellt sich genau in den Weg, wenn ich den Ball nicht klären kann, ey. Backfisch! Machst du nochmal, ja? Machst du echt nochmal? Hast du doch nicht abgesehen, sag mal, ich hab nicht hingeguckt. Meine Schuld war das nicht. Fährst halt immer genau hinter den Ball. Backfisch, danke für dein Follow, willkommen. Dann stammt mal zur Seite. Mitte, Mitte, Mitte. Oh, Leid! Er muss ja ganz selber rein. Was ein Schuss. Eindeutig. Da! Dieser gefährliche Schuss, ey. Uuuh. Holy shit. Der hat er reingezwirwelt. Aber frag nicht wie. Ja. Das weiß ich selber nicht mehr so genau. Oh, Leid will nicht. Okay. Geh generell, oder meistens nicht. Er hat sich den Bus gesnaggelt. Also richtig, das mach ich meistens. Uuuh. Buch. Das war schlecht. Jo, der ist drin. Der ist er nicht. Nein, noch nicht ganz. Ich hab den anderen nicht gesehen. Oh, wow. Hallo. Hi. Ja, danke. Ist egal. Hauptsache ich ihn hab vorne, ne? Hier, kommt. Vorlage. Schade. Nicht so ganz optimal. Aber so fast optimal. Oh. Oh, schade. Nein. Hast du mal aufhören, gegen uns zu spielen extra? Mach ich gar nicht. Das sieht aber so aus. Du spielst die Bälle in unsere Richtung. Das ist doch der Richtige. Guck mal, jetzt kriegt er mich hier schon wieder an. Was soll denn das? Nein. Kein Weg, da. Oh, ich hab ihn noch geschubst. Oh, Leute. Ja, wer ist denn euer Mann? Wer spielt hier für euch? Sagt mir doch mal, ich spiel gegen euch immer. Ich bin weit drinnen gewesen. Nein. Ja, ist schön. Nein. Ja, passt schon. War ein bisschen zu hoch gezielt. Ab wie viele Spiele wird man denn gerankt? Ab 10 gespielten Ranks. Ja, dann machen wir 10 Spiele so weiter und dann passt es. Passt es. Ich glaub, spätestens mit 8 kriegen wir keinen Sieg mehr. Siehst du aber gleich nach der Runde eigentlich. Dann steht da unter, wie viele du noch machen musst, bis du eingerankt wirst. Schön, neben mir. Ah, schade. Ne, ne, war er näher dran. Den hab ich nicht gesehen. Musst du mal an Optionen, die hochkontrasten Spielernamen halten? Ich aber. Geht nach vorne. Ja, geht du nach vorne. Ich bin auf der Mitte. Alles klar, Lego. Spiel auf Chatter. Alles klar. Büssi. 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 Der geht. Der geht. Der kommt nur in die Mitte. Da muss noch jemand nachhelfen. Er hat nicht Exe. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Natürlich. Du musst, dass du den Frontflit dann machst. Deswegen hab ich den da hingespielt. Keiner am Tor. Gar nicht wahr. Hey, was soll das? Das war alles geplant. Gott, Junge. Sorry. Bist du lebensmüde oder was? Hier, spiel mal. Hab ich. Du warst nicht schnell genug da. Da schieb ich den Gegner vor mir rum. Trink vor. Wo? Nein. Wow. Wow. Wir liegen da für beide daneben. Okay, Moment. In der Mitte Linie. Könnte die kommen. Ach, verdammt. Ich bin ein bisschen zu hoch. Ich bin hinten. Wäre da keiner ran gesprungen? Ich bin doch ran gesprungen. Verwandeln können, glaube ich. Ich hätte überhaupt hier keiner mehr ran gesprungen. Ich war dran. Nein, nein, nein. Wäre ja gut. Aber ich sag ja, wäre da keiner ran gesprungen? Oder hätte keiner getroffen? Hätte ich so sagen müssen. Wäre da, glaube ich, reingegangen. Okay. Der hat sich aufgehangen an mir. Oh, ich konnte die nicht sprengen. Eins. Nein. Der war echt schön. Der war echt schön. Der war echt schön. Ich habe den Ballrückzieher probiert, aber nö. Ex-Alti hat die Vorlage gemacht, ne? Ja. Spielt echt nicht für uns. War das nicht. Ich bleib hinten. Nee, ich hole einen Boost. Ich hole einen Rechtsboost. Geh doch. Jo. Wie geplant. Kein Problem. Was für ein Spielzug. Danke, danke. Wow. Das muss ich ja nur dann, ey. Ja. Wow, der hat mich nach vorne gedonnert. Hallo. Ja, GG. To endel. Geil. Also wir sind heute unstoppable, sag ich nochmal so. Ich bin gerade Division 3 geworden von Challenger Elite. Aber 5 brauche ich noch. Ich habe gerade einen Uprank bekommen. Ex-Alti, ich fahre über rechts, ne? Und hole Boost. Und dann machen wir den 9. Okay. Da bin ich immer gespannt. Ja, ich ja. Vor allem bin ich gespannt, in welches Tor er denn reinmacht. Oh, ich hätte fast in ihm vorbeigespielt. Warte! Vorlage! Oh nein! Er verfehlt halt. Ich habe gedacht, der andere trifft den. Der Tor Mensch von den anderen. Schönen. Oh, der ist so ein bisschen kümelt. Nein! Oh nein! Den muss ich mal kurz halten. Aggressiv spielen die auf jeden Fall. Minimal. Oh, schön, nein. Ich dachte ja, ich spiele den ins Gesicht, aber... Mir? Ja. Lol. Ja. Wenn er jetzt reingeht, wäre das gleich mein Tor gewesen. Nein, der lässt ihn erst kann liegen. Konnte nicht... Nein! War das einer von uns, ja? Echse? Das war doch nicht du. Das war nicht ich. Nein, okay, war ein Gegner. Ich dachte schon. Ich habe da nur einen blauen gesehen. Nein, 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 nein. Ich wollte ihn weghauen gerade. Das war alles gut. Alles gut. Na, komm, ey. Ich habe keinen Boost. Okay, das war ich hinten. Exo, was mache du? Mist. Du hast den Weg. Wat? Ich kann nicht über dich rüber richtig. Warte. Ui. Warte, komm nochmal. Ne, doch nicht. Mein Hintern war nicht weit genug. Ich muss ihn mehr strecken. Und pick. Oh nein. Ich konnte ihn nicht sprengen. Nein. Oh. Die ist an mir abgeprallt. Geh jetzt rauf, komm. Dön. Ich habe eine Vorlage gemacht. Ja, Mann. Klopp. Der kam halt oben nochmal dagegen. Deswegen kam er überhaupt so weit runter. Alter. Schick. Leine, geh du drauf. Oh Gott. Oh, haben wir alles schön verfehlt. Oh. Der ging genau da wieder durch. Oh Mann. Das darf sie keinem zeigen. Ich muss mir kurz das machen. Oh, das ist verkehrt. Moment. Ich bleib hinten. Exo muss aber anfahren. Ja. Bestimmt ist das nicht. Oh Gott. Ich verfehle ihn einfach wieder, ey. Ich bleib wieder hinten, ne? Ach so. Na, verdammte Kacke. Da fehlen halt alle vier, die davor waren. Dessen hat es nicht so geklappt gerade. Ei. Klasse, dicke Autos. Warum? Also den Bulli hasse ich auf jeden Fall. Ne, die, die Ballern, die sind Kacke. Der Bulli ist mega geil. Kann man nicht vorbeischießen so richtig. Ich brauche den Platz. Du hast gemerkt, dass du den Platz brauchtest. Oh. Ein bisschen unzentriert worden. Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Sorry. Sollten vielleicht ansagen wir mal. Den haben sie schön gemacht. Guck dir das an. Zack. Er ist auch so reingegangen, aber abgesnackt. Nichts schön. Wie sieht das schön aus? Ja, wir... Boah. Nein. Oh ja. Hopps. Schön. Komm, in 30 Sekunden geht einer. Als er gegen die Wand ging, habe ich mir gedacht, so gut ist es meins. Ich dachte mir erst, ich nehme den, wo du gesagt hast, oh ja, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht auch nicht. Ich konnte gut umdrehen gerade. Ich war voll mit Boost. Ich hätte irgendwie komisch seitlich reinboosten müssen. Und er haut jetzt so ein Ding raus. Ein Glücksding, meinst du? Nee, das war voll geplant. Ja, natürlich. Natürlich, Alter. Hast du gesehen, wie er die Vorwärtsladung machte und hast gedacht, da kannst du unten bleiben. Dann fliegt er in den sein Tor. Der hinter der dritten. Holy shit, man. Ich mache jetzt die Verteidigung. Ihr macht das da vorne. Oh. Oh nein, nein, nein. Ja. Komm, jetzt machen wir das noch. Hol ihn auf. Hol ihn auf. Nein, konnte ich nicht. Warum du den scheiß Ball? Hier. Oh, da komme ich nicht dran. Nein. Schade. Schade, schade. Letzte machen wir noch. Kloppern uns. Wow, Wexel. Wow. Du spielst halt echt gegen uns, Alter. Komm mal. Er stellt sich eiskalt den Weg. Wir sind so. Nein. Warum habe ich das denn gemacht? Ja. Weil du dumm rückwärtsdato gemacht hast. Oh, ich krieg das Hula-Girl. Geh, geh. Oh. Ja. Ja. Also, ich weiß, an welches lag, dass wir verloren haben. Ich glaube nicht an mir. Nein, es lag nicht an Rainbow. Der hat sein Soll-Tor erfüllt. Ja, danke, ne? Du musst. Okay. Er kickt mich einfach. Er hat mich einfach weggekickt. Hast du einen Stahn, das er nicht trifft? Bin mit Linie. Nein. War zu schnell. Ist aber auch nicht besser. Das stimmt. An der Stelle war ich nicht besser. Süß. Oh, verdammt. Oh, nein. Den krieg ich nicht. Ach, nö. Bisschen zu dicht dran. Hat er mir verlängert, Alter. Weil ich ihn angefahren habe. Ähm. Wann habe ich ihn verkackt? Oh, nein, nein, nein. Sorry. Oh, scheiße. Macht nix. Alter, hat er den gerade echt fast noch reingezaubert? Ja. Da war ich ohnehin entschlossen, ob ich da ranfahren soll. Und dann stand ich falsch. Richtig gut. Ich bin gerade hinten. Wow. Du wirst nicht, wo du stehst. Du wirst mir ansagen. Dann kann ich da auch weggehen. Bin mit Linie. Oh. Oh, lol. Wie er eiskalt so ganz leicht von der Wand fällt. Oh. Ich bin in der richtig scheiß Perspektive gerade. Fock mich mal. Ah, verdammt. Servus. Sehr gut. Ach Gott, ich habe die Bälle nicht mehr. Wow, Alter, ich habe gerade echt gerade noch rüberziehen können. Müde da. Wewe. Wir haben gerade ein Duo. Ja, kein Stress. Boah, da hat er mich eiskalt aus der Gruppe empfangen. Ja, eiskalt. Geht nicht anders. Sonst können wir keinen 2-Stunden. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, fuck. Ich mache auch gerade eine Scheiße. Schön. Nee. Oder bin ich nicht da? In die Kurze Ecke gedrückt. Ja, der hat sich nicht mehr so bewegt. Pass auf. Ja, der war gerade am Kurve fahren und konnte die Kurve nicht mehr rückgängig machen. Finde ich gut so was. Nice. Bist du dich noch mal, oder? Ja. Nein. Nice. Der könnte kommen. Sehr schön. Er kommt. Gibt schön unten gehalten. Niemals. Was tust du? Bleib da für die Tora. Ich bin gerade defensiv, ne? Der ist... Das ist ja nett. Nicht mehr. Drück an Absender. Da. Haben die Nice-Card raus. Klar. Da. Und win-win. So. Ich bin es aber auch im Kurve. Echt? Ja. Nein. Komm, eins geht noch, komm. Nein. So? Ich habe meine Freundin, kann ich nicht machen. Ich habe meine Freundin, kann ich einer dir machen können. �Cs? Ja. Or,